Sieht gut aus, los! Wer für wir klatschen ihn? Ihr entdeckt wurdet! Das reicht. Wie weit ist es noch bis zu Vladic? Nicht weit. Kommt! Durch die Garage, um den Scharfschützen aus dem Weg zu gehen. Weiter gehen! Geht euch schon weiter. Das fährt sich doch wie die Lava, ey. Oh, hier sind mehrere. Scheiße, kaum Platz und es wimmelt nur so von Feinden. Dieser Platz ist immer leer. Keine Ahnung, warum die hier sind. Für einen Einheimischen weißt du wirklich nicht viel. Da ist der Sicherungskasten. Kannst du unauffällig vorbei und die Lichter ausschalten? Wieso machst du das nicht, Arschloch? Nein, wir brauchen ihn noch. Okay, gib mir Deckung. Bereit machen, wenn ich die Lichter treffe. Was immer ihr tut, habt eure Waffen bereit. Wir müssen im Schatten bleiben. Soll ich da jetzt hinrennen? Was soll ich jetzt? Was soll ich denn jetzt machen? Den kann ich nicht hin. Den kann ich nicht hin. Den muss ich töten. Scherr! Psch! Scherr! Erledigt. Carl, zum Ausgang. Gute Arbeit. Wir sind unterwegs. Wir kommen auf dich zu. Ab unter den Wagen. Den Wagen? Ich sehe nichts. Die Feinde haben luntergerochen und kommen in deine Richtung. Benutze dein Nachtsichtgerät, um hinauszuweichen. Ich bin da. Ich habe einen töten. Ich weiß nicht, was passiert. Kannst du? Ich habe einen töten. Ich weiß nicht, was passiert. Ich habe einen töten. Komm, komm, komm. Rennen! Ich muss mich jetzt. Ich bin da. Das ist gut. Ich habe noch einen Buhl-Buhl-Buhl-Buhl-Buhl-Buhl-Buhl. Scheiße, was ist das? Na klar, so, genug gespielt Ja, perfekt Wir sind nah dran, nur noch durch diesen Park Ich glaube, der führt uns in den Trap Warte, während ich mich umsehe Wie erwartet, Scharfschütze an diesem verfallenen Gebäude am Ende Das ist eine Sache auf große Entfernung Guck, gib mir meine Waffe Wie ist der Punkt? Ah, da Dieser Platz ist fast leergefegt Das gefällt mir nicht Folge meiner Führung, aber halte dich bereit Oh Bougie Maud! Kontakt, Scharfschütze! Der war nicht allein Der war nicht allein Wir bewegen uns schnell von Deckung zu Deckung Kopf unten halten, los! Rennt zick zack Auf den Boden, jetzt! Diese niedrigen Mauern müssten uns Deckung geben Cool bleiben Scheiße, da oben ist unsere Position Marien fertig Wir sind zu explodiert Oh, wie viel kann das schwuppen Soldaten kommen Auf der anderen Seite des Platzes Feuer, Feuer! Schau uns bitte in der Position Nicht zu schützen Nicht zu schützen Ich bin hier Ich bin hier Ich bin hier Ich bin hier Und wie Scheiß ist der. Ja, und wie hat der jetzt bestimmt umgesetzt? Alle am Boden. Komm schon. Gehen wir. Keine Wahl. Wir gehen vorsichtig rein. Nach mir. Merinov, bleib da. Achtung, Schüsse oben auf der rechten Seite. Er ist erledigt. Ich zeige es dir. Oh la la. Gut, kann weiter. Ich glaube, ich schlafe Recher. Verdammt, die Scheiße. Das sind fertige Gebäude. Zweite Etage. Jesus. Oh Gott. Diese Stadt ist sehr gefährlich geworden, seit du hier bist. Heul nicht rum. Ich habe dir gesagt, bleib bei mir. Das heißt du davon, dass du ein Idiot bist. Oh Gott. Oh Gott. Trzy. Trzykaczou. Oh, die Scheiße. Schöne, ich bock mal. Arne Sau. Lass uns die Ärsche ummieten, Anderson. Carl, nein. Wir sind waffenmäßig deutlich unterlegen. Bitte hör auf deinen Partner. Wir haben es kaum ein bisschen packig. Gut, lass die Show jetzt beginnen. Das war eine Tasche. Das war eine Tasche. Nein, nein, nein. ich sehe gar nichts ja es kann piepen so vieles will aber ich sehe es mir schon kann Es ist sogar noch einer vor mir. Ach, der muss so ein bisschen zu blöd atmen. denn sagt es ist nicht nur ein Hilfe, sondern es ist einfach ein. Ich weiß nicht, oder? Halt! Alter. Lass den Mann nachladen bitte. Alter. Komm, 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 komm. Läge Wittich! Läge Wittich! Läge Wittich! Läge Wittich! Läge Wittich! Läge Wittich! Vasında. Vinen ist ja. ...Nä pal principe? Läge Wittich! ...Wittich nusin. ... fatparl圈. Boah, er sieht ihn ab Woah Das ist ein Buggy Got'em Ja Sieht gut aus, los Wir sind 8000 Jahre gegangen Die muss ich da so hochpakken Kommen wir noch mal auf die Fermanepressen Shit Serbische Merse haben die Mauer zerstört Das war nicht so gut für die Bosnie dahinter Aber für uns ist ziemlich gut Merinov ist nicht an Deshalb wünsche ich Ihnen einen guten Tag Ich bereite euren Abzug vor Trefft mich an der Zufahrt zum Highway Ich warte eine Stunde, dann verschwinde ich Verstanden, verpiss dich Weidmannsheil Mögen die wohl in Friedenruhe Da ist Sladitsch Mindestens sieben weitere Feinde Innensicher noch mehr Das wird zu krass Das ist auch nicht anders als im Irak Wir müssen zurechtkommen Wird Zeit den Sensenmann auszuschalten Du bist am Abzug Boss Mach was draus Bisschen der Typ Erledigt Scheiße Danke Alles okay Partner Da hat nicht jemand gesprochen Nicht dass dir was passiert Scharfschützen Halt ausschauen nach Sonnenstrahlen die von ihren Zielfernruhen